Sie wollen mehr Besucher für Ihren Webshop? Dann sollten Sie es ebenso machen wie Aldi, McDonalds, Hornbach und all die anderen Großkonzerne. Also einfach auf Schritt und Tritt präsent sein. Ich selbst habe es auch so gemacht. Ich habe die Methoden zur Steigerung der Bekanntheit einfach von den Großen übernommen. Das hat mich anfangs viel Zeit gekostet, aber kaum Geld. Der Lohn der Mühe, seit Jahren wachsen die Besucherzahlen meiner Verkaufsseiten im Internet kontinuierlich. Und dass dadurch die Kasse klingelt und zwar ordentlich, versteht sich fast von selbst. Lassen Sie sich helfen, von meinem Ratgeber bekannt wie ein bunter Hund im Internet. Lernen Sie die Mittel und Wege kennen, mit denen Sie im Internet gewissermaßen allgegenwärtig werden. Und wenn Sie keine Zeit haben, sich selbst darum zu kümmern, dann können Sie zum Beispiel Studenten für kleines Geld mit diesen Aufgaben betrauen. Sie werden sehen, Sie werden sich vor zusätzlichen Besuchern kaum retten können. Kostenlose Informationen finden Sie auch auf der www.erfolgsonline.de Gehen Sie Ihren Weg. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Rademacher Gehen Sie sich dadurch an, die es weiß, wie so starkt und nicht ausgelöst见 sein. Gehen Sie arbeiten, mit dem Musik an, die es schon wie in einem Arbeits talk. Untertitelung des ZDF, 2020